Opharim-Prozess Hotelmanager ist froh über Ende der Odyssee Vor Gericht legt der jüdische Musiker Gil Opharim ein Geständnis ab, der angeblich antisemitische Vorfall hat sich so nie zugetragen. Der Hotelmanager zeigt sich erleichtert. Doch der Fall wirkt nach. Auch der Zentralrat der Juden geht mit dem Sänger hart ins Gericht. Nach der Einstellung des Verfahrens gegen den Musiker Gil Opharim ist der Hotelmanager als Nebenkläger nach Angaben seines Anwalts froh, dass die Wahrheit ans Licht gebracht werden konnte. Details zu der Höhe des Schadensersatzes nannte Rechtsanwalt Daniel Baumgärtner am Landgericht Leipzig nicht. Wir sind soweit mit dem Abschluss zufrieden und dabei bleibt es auch, erklärte Baumgartner. Was Besseres hätte uns nicht passieren können. Zuvor hatte Opharim in einem Prozess wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung am Landgericht Leipzig überraschend eingeräumt, dass die Vorwürfe der Anklage gegen ihn zutreffen. Er entschuldigte sich bei dem Hotelmanager, dem er in einem viralen Video Antisemismus vorgeworfen hatte. Der Musiker muss eine Geldstrafe von 10.000 Euro zahlen, das Verfahren wurde eingestellt. Entschuldigung wertvoller als Gerichtsurteil Die Kammer ist davon überzeugt, dass das heutige Geständnis des Angeklagten der Wahrheit entspricht, sagte der Vorsitzende Richter, Andreas Stadler. Der Angeklagte und der Nebenkläger hätten sich geeinigt. Der gute Ruf des Hotelmanagers sei wiederhergestellt. Eine Entschuldigung ist als Rehabilitierung wertvoller als ein Gerichtsurteil, betonte Stadler. Derweil hat auch der Zentralrat der Juden das Verhalten des Musikers verurteilt. Der Untertitelung des ZDF, 2020